Die sind ganz, ganz weit vorne. Sehen die uns? Die sehen uns alle. Ja, die tun uns. Die tun uns. Die tun jetzt. Titan im Kran. Die bin jetzt schon vorne. Ja, das ist der Feil hinter uns. BD kriegt Amna. Wir müssen Süd-Western uns halten. Amna kriegt er aufs Maul. Amna, Crowboy, hier ist... Ich cure. Target. Jo. Der Dwarf geht im Netz. Ich cure nochmal. Oh, geht nicht, kriegt aber Amna. Amna spam auf mir. Kromos, du musst jetzt ein bisschen mitkommen. Süd-Western, Süd-Western. Fangt an zu ruten. Ich cure nochmal. Geht nicht. Damage. Limm jetzt. Ist es der Skull, der Dwarf Sturmer? Ist es der Skull oder Heiler, der Dwarf Sturmer? Ah, das ist okay. Ich probiere zu Cure und wer ist nicht sicher. Target? Ja, ist kein Heiler. Bin drauf. Naja, ich möchte. Ich bin eine Mess. Ich kann person. Schwingkast, Agrav. Ich geh nochmal in den Meter. Ich renne weiter. Ich cure. Er wird Cure. Ich lauf. Aufläuf. Ich bin im Stun. So, nochmal der Kobold, der hat's debuffed. Ich hab keine Heel. Ich bin ein Heel. Ein Heel. Sehr gut. Jetzt den Krieger hier. Fang an mit rauf. Agrav bist du drauf und krieg dich jetzt den Cure. Er ist debuffed. Jaja. Ja. Ich kann nicht perchen. Ah, der Heiler. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ah, shit, shit, shit. Mein Target? Der Heiler geht gleich in Med, wenn ich rauskomme. Nee, geht nicht. BD ist in der Mitte drauf. BD ist in der Mitte drauf. Mein Target. Damage only. Ich will jetzt den Skalden hinten auf den? Nicht, mein Target. Das sind fiese Akkorde. Ich glaub wir brauchen SOS. Okay. Drei, zwei, eins, SOS. Hab's wiederkommen, aber ich hab... Target! Und gleich wieder rauskriegen. Komm, dreh drauf, dreh drauf. Ja, sehr gut. Wir haben nicht den Krieger. Und den Standard nicht gehören. Links der Xami geht in Med. Target! Der war schon in Med. Dann geht nach dem SOS. Die haben SOS geschmissen. Off. Für you. Kann ich heilen? Kann ich heilen? Kann ich heilen? Bin in Med? Ich auch nicht. Mein Target. Mein Target, dein Hit. Ich bin drauf. Bin in Med. Ja, ich bin in Med. Perch. Jawohl. Star. Nächster. Ich bin drauf. Ich hab immer noch den Savage auf mir, ne? Ich brauche ihn weg. Ich bin immer noch im Star. Bin in Med schon wieder. Jawohl. Nächster Target. Der BD noch mal. Bin ich drauf. Bin ich auch drauf. Ne Mann, ne Mann, ne Mann. Scheiße, ich bin in Med. Ja, sehr gut. Jetzt Miner. Ist nicht tot. Wie ist nicht tot. Ihr kited nicht mehr richtig. Da drüben ist er, Leute. Der kriegt nen Pet von mir. Ja, ist aber jetzt safe. Mein Target bitte. 20%. Ich kann nicht heilen. Ich kriege einen Quickcaster. Ich bin gleich wieder tot, Leute. Ich hab keine Mahne mehr, Leute. Ja, reicht aber. Ja, reicht aber. So, jetzt Zwerg. Ja, bin ich drauf. Geht nicht. Achso, ich hab keine Mahne, aber deswegen geht's ja. Ist ja. Puh. Ja, die sind nicht schlecht. Der Zwerg geht in Wut. Kobold. Dann geht er nicht. Dann geht er mit. Ja, ist nur noch aufräumen, Leute. Ist nur noch aufräumen. Ja. Ja. Ja, schon seit zwei Minuten nur aufräumen. Rechts. Links. Links. Flamm. Wir laufen richtig im Wasser runter. Hinter uns. Ja, im Osten. Ja, wir nehmen die Hände aus. Wir machen die uns aber den Weg ab. Rechts. Die sind gleich drin. Ja, wir müssen, glaub ich, turnen. Ich hab schon die Zeit. Ja, krieg's gekillt. Wir sind ordentlich ausgeräumt. In die Breite. Mein Target ist ein Charly. Wir brauchen die Messe gar nicht blöd. Ja, krieg's nicht, hab's dann. Die mit. Wir nehmen Root. Das ist ein bisschen zu weit, leider. Den Roni hab ich geroutet. Brauch ich nen Die Metz. Quick, hast du an dich? Nein, es läuft. Eins ist drinnen. Kannst du Flamm vielleicht metzen? Ah, okay. So, ich bin frei gleich. Ich clue okay da. Nächster Paki. Ich werd dauer gepealt. Da zieht drauf, Alter. Ich clue. Die Metz runter. Jo. Damage. Dich. Der Savage muss in Metz bei Oli. Ja, bitte. Hast du was? Bitte, bitte, bitte. Der Biber geht in Metz. Seid ihr frei? Jetzt die Buff. Ich hab immer noch Flamm an mir. Komm schon 30%. Ah. Jetzt bin ich mit drauf. Ja komm. Schnell. Der Shami geht in Root. Der Flamm. Der Shami geht in Root. Der Flamm. Der Shami geht in Root. Mein Target? Ist der Auge? Ja. Probier mal auf die Caster Pets draufzukriegen. Einfach mehr. Target? Ich komm da nicht hin. Ich hab Chromos. Doch, Shami kriegt jetzt. Kann nicht. Am Sos. Jetzt hier high. Target ist geslammt. Ja, ja, ja. Ah, nee. Der Paki ist frei. Wo gehen wir hinweg hier Richtung? Komm, kommt da Sos? Komm, kommt da Sos? Komm, kommt da Sos? Ich muss hier bei mehr Alkohol. 3, 2, 1, Sos. Ja, wir brauchen Demets. Verdammt. Sind vier Leute mehr. Können wir Quickcast zu Demets? Quickcast Demets an you. Ich purge jetzt mal nicht. Fadfahr Demets. Kommt die Karte runter, wenns geht. Können wir flippen? Sure. Was heißt das? Durchgehen. Ich rote den an dir. Ich metz die Tanks. Es passen, es passen. Welche Kite Richtung? Niemets. 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 Türe. Kenny down. Ich heal den Baggers. Ich metz oben den Heiler. Ah! Okay. Mets den Shami. Target. Ja. Ich bin da voll drauf. Der Huni ist die Wurft. Nicht zu nah ran gehen. Zieht ins Wasser. Zieht ins Wasser. Okay. Zieht ins Wasser. Zieht aufs dann. Nämlich. Target. Ja. Bin drauf. Ich tot. Sehr gut. Target. Hol mal den Auge. Hol den Auge. Den BD. Den BD. Komm. Schami. Schami. Ja. Sorry. Bin da voll drauf. Ich cure nicht. Schmerz Flamm. Schmerz cure ich. Target nochmal. Schami. Bin ich drauf. Ja. Ja. Cure von Augen. Ich kann sie nicht nuken. Ich geh wieder ins Wasser. Ich auch. Wir können pushen. Wir können pushen. Glaub ich. Ja. Ich hab gleich kein Mal mehr. Target. Lass sie in Druck. Schmerz hier in Auge. Ja. Der Savage ist wieder drin. Pullt wenn er mischt. Und Skalium. Ich bin im Mess. Kein Purge. Flamm. Und Skalium. Ja. Agraf die Metz. Oddie die Metz. Ich cure Slap. Schami. Schami. Mein Target. Ja. Wend drauf. Ich hab die Metz hier an dir. Komm der fällt jetzt. Jawoll. Schami tot. So was haben wir. Ja. Weiter weiter weiter. Bleib stehen bleiben. Dreh dich um. Die kriegen Seuche. Nichts. Komm nicht an Chromos. Komm auch nicht ran. Abgezogen. Skalium. Komm zurück. Komm zurück. Komm zurück. Lauf. Lauf. Biber. Lauf. Hier ist gleich Schluss sonst. Bisschen Ronen halten. Bin gepeedled. Ich komm nicht weg. Flamp ist da oft auf. Ich hab den Savage drauf auf mir. Nächstes Target ist der letzte Highlighter. Dann ist vorbei. Ich drauf. Ich brauch Heal. Ja ich versuch. Ich bin rot. Ich komm nicht ran. Er kriegt Killcars. Er ist mein Target bitte. Heinz an mir. Ich drauf. Na resist. Komm nicht. Komm nicht. Mann was der aussieht. Muss ich näher kommen. Du bist weggeschwommen. Den schmetz ich. Ich komm nicht. Die kommen. Die kommen. Die kommen. Die kommen. Ja die wollen. Das sind Pandas. Das ist das ne. Der Luri läuft ganz links. Ja ich hab ihn nicht. Los jetzt. Ich hoffe du erst mal geradeaus. Warte doch die Kante hier und dann. Wir sind drin. Der hat auch Stunt. Komm Target. Bin drauf. Und resist. Hab den VW an mir. Kann ich heilen. Kann ich heilen. Kann ich heilen. Komm. Ich bin geroutet Mädels. Ich kann. Ja ich kanns. Wir ziehen gerade nicht so viel. Ich muss mir erst mal in SRQ. Und ich kann gerade nicht. Den Schitter. Target. Und als Flam. Ja drauf. Bin ich drauf. Ich bin gerade zu Kontrolle. Wieder resist. Alter. Was denn du. Komm. Der geht. Oh. Komm komm komm. Ja Maga. Jetzt mein Target. Debuffed. Barley kriegt Pit. Jetzt haben wir Druck. Der geht den Metz an dir Ju. Geht er nicht. Den könnt ihr glaube ich kicken. Hinten der Barley kriegt den. Mein Target. Ich stehe im Metz schon wieder. Demets an Jodi. Ich versuch nochmal den. Den Barley nehmen wir. Target. Bin drauf. Bin auch drauf. Mein New. Er hat nie die Ends jetzt gepressen. Der. 8 Sekunden jetzt. Damage. Der Nuker steht hier komplett frei. Ja sehr gut sehr gut. Hat Pat ja. Binde Demets. Sonst braucht ein Dematch. Kann Perch. Okay ich Perch. Schlitter ist Root. Bin im Root. Der Luri geht im Metz. Damage Oli und Damage. Boah. Ich brauch Poff 10 wenn er wollt. Ich bin abgerodet. 20 Sekunden. Ab BN dran. Vielleicht kann Kro muss nicht. Target einmal in die Mitte. Der Drui. Ein Hit. Ich hör. Ich hör. Ich seh den gar nicht. Ein Hit. Jawoll Alter. Nixer. Hinter dir. Ja. Wir können ein bisschen vorstehen glaube ich. Ich nufe den. Ich nufe den. Ich nufe den. Ja ok ich häng die BUFF. Der Luri Mock. Der Luri Mock. Sorry Niko dass ich zu dir gekommen bin. Der Luri Mock Power Pad. Das kann ich nicht mehr nehmen. Ja ja ich weiß ich seh den. Ich hab nur keinen. Ich metz dir den BM gleich weg. Der ist abgerootet. Genau mit der jetzt abgerootet ist. Ja. Der Bade ist frei gegen Metz. Äh Agra Stämme. Metz. Bequenz geht. Wenn er müsst. Eis fährt's gut. Eis fährt's gut. Äh hab ich schon ein paar Track. Ihr habt alle vier Nearside gell. Oben. Ja. Wir brauchen Kontrolle über über. Ich hau den Baden. Ich route den anderen Tank auch nochmal. Target. Ah ich hab immer noch Nearside. Fuck. Ich hab zwei Tanks an mir und hau den Baden. Ich hab keinen Icon mehr. Wie ist das da an? Ich hab gerade einen Nearside. Mein Nearside geht gleich weg. Da sind sie kunden. Damage. Ich metz darüber bei dir. Sie sind metz im Mund. Hab ich metz. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Der Hüte kriegt von mir Picks. Ah. Hier müssen wir den vier. Der Bade steht in uns. Die Lurie jetzt tragen. Cure. Kann nicht. Ich auch nicht. Bin jetzt im Mess. Lurie. Der click pick. Quick hast an der Graf. Ich cure. Magen also. Ja ich nehme ihn. Ich bin im Slam. Kann ich rein? Nuke den Lurie. Ja. Komm. Nuke ihn. Nein. Ich weiß. Ich war selbst gestunnt. Danke. Danke und gesagt. Bleib jetzt auf dem Lurie. Scheiße geht nicht. Ich metz den Lurie. Metz den Kelten. Metz den Kelten. Metz den Kelten hier. Metz den Kelten an Odi. Metz den an mir bitte. Metz den an you. Meiden wir. Sehr gut bin ich. Ne was. Mit dem assimil mit. Ach shit. gute den Schnitter wir stehen ein bisschen zu dicht und die Schilder bitte naja ich wollte Tag und jetzt sind die 4 an hier hinten Lurie 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 20% bin ich drauf, bin ich drauf bin drauf Schnitter ruftet mich den Schnitter 4 an hinten rockt die Mets, aha der Hüter geht in Zingermatt ich muss wieder drüber routen jetzt ich hab den Schilder wieder Lurie 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 ja passt und der eine Lurie hat einen Pack drauf von mir wir haben hinten einen Champion oder was das ist oder das ist ein Fiat der Tank hinten, der muss weg sein ich trabte den Barde der geht ich route den der Lurie King kriegt Pack von mir der Barde ist im Rurie Lurie tot Lurie down Target den Fiat den ganz hinten die können grad nicht teilen hat keinen lieber ja ich bin grad im Stun ich hoffe nicht zu weit vorn der geht, der geht doch wahrscheinlich nimmst du erst an der Kälte hier, Target am 2. Drui ja passt alles jetzt, glaub ich ok, ich switch auf den Schnitter ich drauf der hat keinen ist schon ja passt jetzt können wir rein die kotzen, Mads die kotzen gerade gerade wir ohne ohne Wasser Target ich bin der Mads der Barde steht links frei schön ich hab keine Manner wir haben auch keine Manner mehr wir haben auch keine Manner mehr die Mads bitte keine Manner ich steh selbst im Mads geil, keine Manner auf dem die Mads ich bin drauf Target man robbt ich robbt den ich robbt den den Rui ja, 10 Target der letzte BM kriegt von mir jetzt Pets Alter, da rennt der Hüter jetzt echt noch weg oder was? macht der immer